Hallo und willkommen zu einer Pechner Runde Fortnite. Heute mal ein spezielleres Video, nämlich wollte ich auf jeden Fall mal raushauen. Ein 5 Arten von Fortnite-Teammates in Fortnite und ja, ich habe mich da mit dem Nick herangesetzt und es hat wirklich viel Mühe und Arbeit gekostet, das jetzt auch noch zu schneiden. Lasst auf jeden Fall jetzt schon mal ein Like und ein Abo da, für unsere harte Arbeit. Und ja, viel Spaß mit 5 Arten von Fortnite-Mates. Los geht's! Ey, hast du ein bisschen AR-Munition für mich? Ne, tut mir leid, ich habe selber keine. Echt nicht? Vielleicht Chill-Tränke oder so oder Heilung? Ne, ne, ne. Ich habe leider nichts. In der letzten Fight bin ich übel low. Ja. Fuck, man. Da muss man halt gleich gucken, ob man noch andere Heel findet oder so. Äh, eher Moni. Ey, Luis. Ja, hast du vielleicht noch ein bisschen Material? Irgendwann vom letzten Fight. Sehr kritisch gerade. Ah, ne, tut mir leid, ich habe selbst nur wenige. Ach, Mann. Musst du dir welche abfahren? Bei mir unten sind zwei. Wen schießt du? Ab einem geht es. Oh, fuck, ey. Oh, fuck, ey. Mann. Alles deine Schuld, Mann. Ja, klar. Immer bin ich's schuld. Immer bin ich's schuld. Nur weil du immer stirbst, Alter. Junge, ich hatte nur keine Nahkampfwaffe. Ja, kann ich auch nichts dafür. Dann komm zu mir, Alter. Ne, ich habe keinen Bock mehr. Schüss, Alter. Bläuche Schüsse. Austiltet. Headshot. Easy, abgestaubt. Ey, um sind welche. Der schießt aber auch noch mal, welche. Hab einen Hit. Der ist ein Playstation-Spieler. Alter, wenn du mir den jetzt abschnaut, voll. Ich raste aus. Alter, mein Kill. Mein Boy. Hab ihn. Alter, warum staubst du immer ab, Alter? Ich weiß nicht, wie viel Hitze ich dem das gegeben habe. Aber die ist auch den Loot-Gönn, Alter. Doch. Cool. Nein, Junge. Wenn du gleich wieder drauf gehst, ey. Dann, weil, es ist ja eigentlich immer dasselbe. Nein, der kann nicht mal... Du, überhaupt. Bleib bei mir. Nein. Oh, ich habe übelst hart Fall, der mich kassiert, ey. Nein. Mein Boy, aber es ist so unfair. Ich habe zwei schießen auf mich. Wo bist du denn, Junge? Ich bin hier. Ich habe... Ich habe... Ich habe gewonnen, ich habe ein Puschen. Ja, habe ich auch gemeint. Ein AP. Ein AP. Ach, ey, Mann, ey. Mann. Wo warst du, Alter? Habe einen ausgenockt, Hedda. Habe auch ausgenockt. Oh, Alter. Aaaaaah